Hallo und herzlich willkommen zu neuen Folge Starry Valley, wieder im Regen, wieder mit dem Regen und auf dem Weg nach Hause. Wir haben ja etliches an Hartholz gefarmt und ich bin also echt überlegen, was ich damit brauchen wollte. Ich habe schon vergessen. Wahrscheinlich Fässer. Ja, wir wollen Fässer bauen, oder? Genau, Fässer. Holz haben wir genug. Wir haben ja eines eingekauft. Dann geben wir den Keller. Wir müssen aber immer noch bei den Kühen... Wie... Hä? Wie macht er das? Ähm, okay. Ähm... Hä? Ähm, ich frag mich besser mal nicht. So, okay, wir haben Käse. Wir haben kein Käse, wir haben Wein. Wir haben Wein. So, da müssen wir Fässer bauen. Ähm, so. Ich habe noch mehr Wein. Ich habe noch mehr Wein, okay. So. Dann platzieren wir mal die Fässer hier. Hier. Und hier. Wein, Wein. Da ist noch kein Wein drin. Okay, habe ich jetzt alles mal verarbeitet. Sehr gut. Dann gehen wir wieder nach draußen. Ich hoffe mal... Ich sehe mir Glück gleich aus. Ähm... Okay, wir sind nicht auf unserer Seite. Wir werden jetzt bestimmt nicht ins Kasselium gehen. So. Das ist aber leider bringt uns zur Zeit nichts. Ähm... Haben wir die Hühner bereits heute erledigt? Achso. Nicht so erledigt, natürlich. Nein, haben wir nicht. Wir haben auch, ähm... Das, das Heunig mehr, das wir letztendlich gekauft haben. Mein Gott. So, ich bin jetzt halt voll. Oh Mann. Hatte ich jetzt noch einen Schirm. Okay. Ei, 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 ei. Ähm... Ja, wir haben so viel dabei. Was fehlt uns eigentlich noch für... Ach, jetzt haben wir genug wieder. Wir hatten vorher kein Holz mehr. Stimmt, da war ja was. Okay, warte mal. Wir tun uns mal die Morchel verkaufen. Plus die Mayonnaise. Na, na, na. Und die... Die Morcheln. So. Gut, dann... Haben wir hier einen Blob. Ähm... Der war hier drin. So. Hier brauchen wir noch mehr Hühner. Ähm... Noch mehr... Bienenstöcke. So. Das gibt extrem viel Honig. So. So. Okay, so viel Honig habe ich noch nie produziert. Aber wir haben gesehen, eigentlich wäre die Produktion draußen viel effektiver. So. Okay. Das läuft mal. So weit, so gut. Dann lege ich mal das Quarz ab. Da brauchen wir einen Platz mehr. Ähm... So. Hier ist das nicht mehr dabei. Die Vogelscheuche brauchen wir eigentlich auch nicht dabei. Ähm... Können wir hier hinstellen. Bärenscheuchen. Hier ist eine normale Scheuche. So. Zehn. Oh, weißt du. Ich fach gerade ein. Vor allem die hier langsam schlafen. Ich muss wirklich mich weinen. Scheiße. Die Küche sind jetzt schon wieder genervt an. Da war ja was. Genau. Wenn man spät geht, dann sind die Tiere ja am Schlafen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Da war ja was. So. Dann schnell zum Kühen. Jetzt was Regen sind die Schweine nicht draußen. Entsprechend kriegen wir auch keine... Äh... Keine Schüffel. Äh... So. So. Okay. So. 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 Alle noch grütteln hier. Okay. Okay, das läuft. Milch, 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 so. Und dann Öl, so. Gut. Und jetzt haben wir natürlich wieder Käse, den man natürlich eigentlich in die Reife feststecken sollte. Hier ist er versperrt. Ich habe überlegen jetzt. Okay, ach, es war nur ein Käse drin. Oh, da geht es ja noch. Okay. Dann ging es ja noch. Hm. Die Frage natürlich jetzt. Jetzt bauen wir das Feld nach unten weiter aus. Das sehen wir zu machen. Hier mal einen Weg bauen. Das ist die erste, wo wieder zu nichts kommt. So, mal kurz hier. Ein bisschen später auszusetzen, aber jetzt gerade nicht. Okay, weg hier. So, okay. Dann bauen wir ein paar Platten wieder. Okay, dann müssen wir hier ein Sprinker hin. Hier einer. Und hier einer. Natürlich genau unterhalb. So. 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 Nanso. ein Eisenbahn aber ich klicke da doch Trüffel rum na toll woher kamen die jetzt müssen ja noch von gestern her sein ich habe hier keinen Platz ich werde überlegen ob ich die Maschinen sogar drinnen bauen soll Sinn geben würze eigentlich ich brauche Eisen ich brauche mehr Zäune wir haben ja Eisen Moment mal wie es rot angegeben wurde dachte ich wir haben keines ähm mal kurz schauen jetzt müssen wir es mal anders machen wir haben keinen Platz wir haben keinen Platz wir haben keinen Platz ähm wir haben keinen Platz oder hierhin die Kiezmaschine dann das ähm das raad wir sind auch voll klinisch oder chronisch voll müssen kurz was verkaufen das verkaufen wir mal stoff verkaufen wir das trüffelöl verkaufen wir ok dann gehe ich mal kurz mal kupferbahn ab so wir sind wieder runter hier ok also ja kein platz habe echt da haben wir wieder Käse bekommen den wir irgendwo unterstellen müssen Käse wird zum lagern eigentlich da haben sie wieder um keine ahnung wie der das macht hängt eine fassade drin wir haben zu wenig holz inzwischen ach du scheiße wir haben so viel wieder geschafft dass wir kein holz haben ok 22 40 die uhr bränt so nehmen wir mal die kiste mit dann setzen wir die kiste mal hier oben hin hier oben so und dann noch trüffel rein ok so so Die Frage ist so schlau hier drin. Ich sehe am Rad, ich sehe echt am Rad. Ich werde nicht schlüssig, ob es wirklich schlau ist. Wir können es auch anders machen. Wir könnten auch hier einen Zaun machen, einen Eisenzaun. Und dann könnten wir hier eine Kiste reinbauen, für die wir das Holz nicht haben. Was finde ich denn noch? Okay, einiges. Das ist Hartholz 21. Okay, ich werde es dann morgen umbauen. Das macht so jetzt gar keinen Sinn mehr. Ähm. Jedem springt glaube ich auch keine mehr hier. Es wird spät, ja. Ja. Okay, wir gehen mal schlafen. Und morgen ist auch wieder ein Tag. Ähm. Gut. Ab ins Bett. Ja, ins Bett. Ja, ins Bett. Das war natürlich nicht so voll, gleich jetzt rein finanziell. So. So, Epi ist auch schon auf. Wir gehen mal kurz in den Keller. Früh morgens natürlich. Oh. Käse ist reif. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch andere Käse, die man noch reifen sollte. Okay. Gerade kann das schon was Gutes. Wir kriegen was Geld. So, was machen die Geister? Äh. Warsage. Okay. Geistern verstört heißt, wir werden heute nicht unser Glück versuchen. So. Käse. Zack, 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 so. Ähm. Wir bräuchten Holz. Jetzt ist die Frage. Wo ist Robin? Okay, die Arbeit heute bei uns. Das ist doof. Dann heißt, wir kriegen heute auch nichts. Ähm. Okay, wir schauen mal kurz hier rein. Schle. So. Dann hier rein. Nix. Gut. Dann gehen wir in... ins Gewächshaus. Da gibt es wieder was. Kaffee mal reif. Wie so oft. So. Okay. Okay. Das ist schon mal was. Was? Hier bin ich nicht mehr gebraucht. So nicht mehr. Wir haben keine Kaffeebohnen mehr. Gibt es das? WTIF. WTIF. Und hier waren... ein paar Sternfüchte raus. Okay. Hier ist noch nichts. Auch nichts. Wir haben noch zu wenig Holz, um weiter fester zu bauen. Da muss es vorerst mal reichen. So. Ähm. Gut. Das ist schon mal gut so. So. Ähm. Wann gehen die nicht mehr? Wann gehen die nicht mehr? Sie können die nicht mehr haben. 62 Bahnen. 54 Bahnen. 45 Bahnen. 38 Bahnen. 38 Bahnen. 38 Bahnen. 38 Bahnen. 38 Bahnen. 39 Bahnen. 39 Bahnen. 39 Bahnen. 39 Bahnen. 39 Bahnen. 40 Bahnen. 40 Bahnen. 42 Bahnen. 42 Bahnen. Sie sind eindeutig voll Ok, also der Kaffee muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg, die muss weg, so Jetzt gibt es noch ein bisschen Platz, wenn die alle weg sind Wir waren jetzt aber ziemlich lange nicht mehr im Haus von den Diamanten Ich denke, dass wir sie auch noch eines getan haben Ich denke, wir gehen gleich mal reinschauen jetzt, inzwischen, wie es da aussieht Oje So Drei Diamanten Keine Diamanten, ok So, da ist der Ball jetzt nicht mehr so wild So, und da ist noch mal was zum Knudeln Das ist ein Nachteil, wenn alles hier rumläuft, ich muss da wirklich schauen, dass ich das irgendwie bändeln kann in der Zeit Schon ein bisschen mühsam Kannst hier jetzt sammeln muss So Lass mir den Rad nicht für voll Ja, logisch Ok, ich muss mal die Bündmühlen, äh die Bündmühlen, die die Vogelschreiche weglegen Lege sie mal hier rein Okay So Da wollen wir mal an die Hüren Kürnen Pas noch ein bisschen Ich kann es sehen, wie es ist Was ist das? Kürchen 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 Wann Kürchen So, also, jetzt machen wir es so, hier ist Trüffelöl, das heißt, ich werde jetzt hier eine Kiste bauen, so, an dieser Kiste ran, kommt, äh, so, kommt die Trüffelölmaschine, äh, die Trüffel kommt hier rein, so, so, kann ich noch eine Trüffelölmaschine bauen, das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, 50 Schleim, ein Goldband, haben wir auch, okay, ich sehe schon, die Folge ist hier eh schon lang zu Ende, ich mache hier noch kurz einen Cut für heute, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge, Star Valley, und dann versuchen wir wieder dem ganzen Chaos hierher zu werden, Ähm, ja, wir werden sehen, ob ich das hinkriege, bis dann, bye, bye. Vielen Dank fürs Zusehen, die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter, mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge, bis zum nächsten Mal.